Ab sofort ist diese hier angebotene 3,5-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung liegt in Speyer. Das Wohnhaus wurde im Jahr 1970 erbaut und 2014 saniert. Bei einer Wohnfläche von ca. 102 m² beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 800 Euro. AC Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017